Zu Befehl Ich wollte gerade sagen, wir könnten ja schon mal ein paar Veteranen ausbilden, aber können wir nicht, weil wir haben keine Schmiede. Das Gebäude ist einsatzbereit. Verbesserung ist fertiggestellt. Was brauchen wir eigentlich für Schamanenhütten? Brauchen wir nur Holz. Was wollt ihr? Das heißt eigentlich nur noch das große Haupthaus. Ich könnte eigentlich noch fünf Ork-Arbeiter schaffen, für noch mehr Lenya sammeln. So. So. Jetzt holzen wir als nächstes hier ab. Was jetzt? Dorthin also! Reißen das hier ab. Wohin? Wo sonst? Hier war das Lenin, ja? Dorthin also! Wo sonst? Da schicken wir dann auch unsere Orcs hin. So, dann als letztes können wir hier noch einen Holzfäller dann irgendwo errichten. Eigentlich überall. Aber jetzt gibt es ja genug hier. Oh, Eisformerin. Oh, böses Level hat die. So, jetzt kommt die große Frage. Warte ich erstmal, bis ich das Holz zusammen habe für das Haupthaus? Hm, sollte ich wahrscheinlich. Eisformerin klingt so sehr nach Magierin. Und das ist ein bisschen schneller als der Eiskohle. Verstärkt die Deckung! Und friert mich einfach rein. Verstärkt die Deckung! Auf meinen Befehl! Zur Ehre, Aonius! Falte durch, Männer! Schlagt sie zurück! Okay, die sind angekommen. Dann kriegen die mal ein Schnitterzelt. Ja, schon gut. Auf meinen Zeichen! Ja! Eigentlich wäre es jetzt am wichtigsten, die Eisenproduktion weiter am Laufen zu halten. Das ist das große Haushaus, dann die Eisenproduktion, dann die Ruhmeshalle. Das ist das große Haushaus, dann das große Haushaus, dann die Eisenproduktion, dann die Ruhmeshalle. Das ist auch recht groß. So, weil das große Haushaus von den Orks ist auch recht groß. Wobei, es geht eigentlich von der Größe her. Na los! Dann errichtet es mal dort. Lustigerweise ist das kleine Haupthaus saumäßig groß. Das mittlere ist ein bisschen größer als das kleine, weil es eigentlich vom Modell her wie es kleiner aussieht. Nur mit vier so Anbauten. Also hier und hier noch, jeweils. Du kannst übrigens mal wieder dein Heilding anmachen. Die werden schnell aggressiv, muss ich sagen. Das sind alles Magier. Ein paar Hornbläser werden da für dich schlecht, wenn ich weiter vordringen möchte. Schaden wäre aber was anderes. Verstärkt die Deckung! Oh, eist die doch. Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Auf den Weg! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Macht erst die Eis-Vorworte! Sie sind überall! Kaputt, weil die rufen die Elementare. Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Ne, die Beschwörer. Ah. Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Hätte ja auch klar sein können, dass die Elementare rufen. Sie sind überall! So. Hier! Sofort! So, und hier könnte ich da theoretisch stehen, die Tat der Orks. Wir holen. Verbesserung ist fertiggestellt. Erstmal verbessern wir hier. Was jetzt? Ich bin müde. So, jetzt können wir die Ruhmeshalle hier errichten. Achso, das stimmt, dass die sieht ja so aus. Schon dabei! Dann errichtet mal. Und ja, dann kümmern wir uns mal um mehr... Was jetzt? Ich bin müde. Eisen. Keine Rast! Ich bin müde. Went nur aus. Ich könnte jetzt sogar schon rufen, den Titan der Orks. Da kommt wieder eine Frostkohle. Da wird wieder ein armes Rehkitz totgeschlagen. Ist was? Na, hier steht jetzt blöd. Wo sonst? Lasst uns lieber Krieg führen. Gut. Oh, da ist noch was aufgetaucht. Noch eine Eisformerin, hm. Ist was? Ich bin müde. Wie sieht es hier mit den Holzvorräten aus? Ich glaube, wir müssen dann wieder erst eine neue Holzfällerhütte bauen. Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Verstärkt die Deckung! So. Stehe bereit! Alles klar! Was wollt ihr sonst? Äh. Ist was? Achso. Was jetzt? Da bist du. Achso. Keine Last! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Für Schmieden brauchen wir, glaube ich, nicht so viel. Na doch, hundert. Das Gebäude ist einsatzbereit. Ist was? Schon dabei! So. Ah, ein paar Bäume sind hier noch. Okay. Das heißt, in der nächsten Aufnahmesession müssen wir das als erstes berücksichtigen. Speichern wir hier erst einmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay.